Nach Dark Souls 3 folgt Elen Ring. Wir sind zwar noch nicht mit Dark Souls 3 durch, aber wir starten jetzt trotzdem. Nee, hier geht es nicht um Story, hier geht es um Ballern. Die Souls Reihe, beziehungsweise hier geht es auch Elen Ring. Ich fand es immer so düster. Wo ist die Tür da? Warum läuft die Musik? Ich wollte gerade sagen, immer ohne diese Musik ist schon komisch. Ich wollte parieren. Ich wollte parieren. Controller spielt Vibrator. Klar. Ich dachte eigentlich, man überlebt mal den ersten Gegner. Aber anscheinend nicht. Ja. Ein Pferd. Es leuchtet sogar. So, da ist das Glück am Pferd, das hat Hörner. Ja, Mann. Verliebt! Den Elen Ring? Ja, klar. Auch andere Ringe. Du weißt Bescheid. Ja. Stößen. Hm. Das Wort. Aber. Genug Story, wir stehen sowieso auf. Wir sehen die Weife gleich wieder. Bleib mir mit Purpur drehen. Alles doch safe zum Heilen. Tutorial. Will ich nicht. Will kein Tutorial. Ich bin Coldscot. Ich sehe einen Gegner. Mehrere. Let's fucking go. Spiel mal was. Klatschen alle. Ja. Ey, du. Jawoll. Komm her. Baumwächter, was? Warum ist das Dickenbaum? Komm her. Baumwächter. Komm her. Baumwächter. Warum ist das Dickenbaum? Auf plankom Lumpf Sie leben. Gib mir dein Pferd. Nein! Na! Ich lebe noch! Was ist das? Schade. Schade. Unglö Canada. Okança yoshu auszummal weiter. WTF WTF W свободных skatedrais years ago? Okança yoshu auszummal states. At least. Baumwächter, sagt er. Baumwächter. Oh, kommt mit der Axt. Damit fälzt er aber die Bäume. So Leute. Stimmt, ruhen sind wir ja sowas wie sehen. Kurz Power tanken. Not sponsored. Geil. Ich will den Baumwächter jetzt klatschen. Komm her. Ich bin voll auf den Kopf gehauen. Okay, ich leg doch mal nach. Geil. Sorry. Let's go. Bruder, rollen. Trau mal nicht mal, guck mal. Was rennt der jetzt weg? Hast du Angst? Komm her. Bruder, ich bin... Kommst du? Ah. Okay, rollen wir doch. Schlägt sogar noch, ne? Sorry. Du warst knapp dran. Oh, no, 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 no. Waren knapp dran. So läuft es. Ach, ich muss mich eigentlich an ihm vorbeischleichen? Nein. Wir kämpfen wie Männer. Was ist mit dir? Oh. Ich hab mal was getan. Fünf Stählen. Let's fucking go. Oh. 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 Ach, Junge. So ein Scheiß. Sauber. Limgrave. Ja, das ist wirklich mein Grab. Wir machen jetzt anders. Wir schleichen jetzt an dem Glück vorbei. Oh, ein Pilz. Pilz. Boah, ist wirklich ein Pilz. Und was ist da oben? Will ich das bekämpfen? Ja, das will ich bekämpfen. Eine goldene Rune. Wir probieren das jetzt. Wir machen Sneaky Sneaky. Work smart not hard, würde ich sagen, ne? Wie er noch aufgestanden ist. Ach, und das bekommst du nicht mit. Kikuri. Berufmester sind das wahrscheinlich. Hier. Psch. Da leise. Headshot. Headshot. Jawohl. Noch einer. Ah, schade. Schimmernder, goldschimmernder Kot. Dinge, die ich gerne haben würde. Das ist Schnitzel-Time. Ist das eine Kiste? Was ein Timing der Junge hier an den Start legt. Ist das eine Kiste? Ne, das ist ein Sarg. Also so ein Ruinenfragment. Nein, meine... Ruinen. Okay, Leute. Ich bin tot. Es fehlt. Alla. Okay, wie viele kommen denn? Nein, das zählt nicht. Ey, warum hängen die alle? Was? Was ist für ein goldener Ritter dabei, Alter? Nein, nein. Leute, nicht. Bye-bye, Leute. ok wir haben einen vorteil, wir sind wieder da. wir sind auch näher jetzt Katzi Krieg ich ein Pferd? ich weiß es gibt ein Pferd Die Weibu ist wieder da Ich bin ein Pferd, von beyond the fog Ich bin Melina Ich bin ein Pferd Ich bin ein Pferd Angenommen Egal Pewdie Ja Ich bin ein Pferd Ja Ich bin ein Pferd Ich bin ein Pferd Nun ist ein Pferd Was macht denn den Pferd mit dem Pferd? Der Pferd Der Pferd Der Pferd Was macht denn das? Ich bin ein Pferd Sorry Buddy, aber dein Freund kommt nicht wieder, nehmen wir noch hier was mit, so und der nächste. Sorry, ich muss mich grad bisschen konzentrieren, dass ich hier nicht sterbe. Ich glaub das war ne Parade, ohne dass ich es wollte. Aber ist ja okay. Ja jetzt guckst ich. Alles klar. Let's go, komm her. Nein, du nicht auch noch. Unfair. Wann hab ich das? Ja okay, ich hab keine. Und dreimal. Und dann nochmal in der, ja was halt dieses richtiges Dreckspiel ist das? Ich hab gar keine Pfeile mehr. Ups. Karte gefunden. Stabilität, die werden stabil gemacht. Besseres Schild wär schon wild. Wenn man vom Teufel spricht. Oha. Na klar. Oh. Cool. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann da lang wissen. Aber was haben wir eigentlich für eine Karte bekommen? Oha. Ganz Limgrave direkt. Und ich würd sagen, wir sind in unserem nächsten Part. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja. Ist ein Daumen da. Geh raus. Go. Hallo.